Es ist nun traurige Gewissheit. Alle fünf Insassen des tagelang verschollenen U-Bootes im Nordatlantik sind tot. Und das schon seit Tagen. Die US-Navy hatte bereits am vergangenen Sonntag zum Zeitpunkt des Kontaktabbruchs der Titan ein lautes Geräusch unter Wasser registriert. Die Details von Loro Schulze-Fellmitte. Das Wrack der Titanic auf dem Grund des Meeres. Nur 500 Meter entfernt von diesen Überresten findet ein ferngesteuerter Tauchroboter weitere Trümmer. Sie stammen vom Mini-U-Boot Titan. Damit ist es traurige Gewissheit. Die fünfköpfige Crew des Tauchschiffs hat nicht überlebt. Die Trümmer deuten auf einen katastrophalen Verlust der Druckkammer hin. Nach dieser Feststellung haben wir die Familien sofort benachrichtigt. Im Namen der Küstenwache der Vereinigten Staaten spreche ich den Familien mein tiefstes Beileid aus. Ich kann mir nur vorstellen, was das für sie bedeutet. Ein Akustiksystem der US-Marine hatte offenbar schon am Tag des Verschwindens eine Anomalie registriert, die Daten an die US-Küstenwache weitergegeben. Dadurch konnte das Suchgebiet eingegrenzt werden. 26.000 Quadratkilometer, rund 700 Kilometer südlich von Neufundland. Die Vermutung, die Titan ist implodiert, plötzlich schnell. Das ist wahrscheinlich eine Gnade. Das war vermutlich ein angenehmeres Ende, als die unglaublich schwierige Situation, vier Tage in einem kalten, dunklen und engen Raum zu sein. Es wäre also sehr schnell gegangen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auch nur die Zeit hatte, zu realisieren, was passiert ist. Seit Sonntag hatten Trupps aus den USA und Kanada mithilfe weiterer Länder den Nordatlantik durchkämmt. Mit Flugzeugen, Schiffen, ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen. Bis zuletzt hatten die Einsatzkräfte gehofft, die Insassen lebend zu finden. An Bord waren fünf Menschen. Der Gründer der Expeditionsfirma Ocean Gate Stockton Rush, der britische Milliardär Hamish Harding. Außerdem Shahzada Dawood aus Pakistan mit seinem 19-jährigen Sohn Süleman. Und der französische Titanic-Experte Paul-Henri Najolet. Ein Freund erinnert sich an ihn, an seine Begeisterung, seine Faszination für den untergegangenen Luxusdampfer, seinen Charakter. Ein absoluter Profi, aber auch ein sehr bescheidener Mensch, wissen Sie. In diesem Bereich gibt es eine Menge Leute mit viel Getöse und großen Egos, die versuchen zu zeigen, was sie getan haben und wo sie gewesen sind. Er war nie so. Parallel zu der Trauer werden Vorwürfe gegen die Expeditionsfirma Ocean Gate laut. Das Unternehmen habe die Küstenwache viel zu spät über das Verschwinden der Titan informiert, so die Angehörigen von Hamish Harding. Das U-Boot selbst nur mit einem Game-Konsolen-Controller gesteuert. Außerdem ohne Lizenz unterwegs. Niemand hatte überprüft, ob die Titan dem Druck in fast 4000 Metern Tiefe auf Dauer überhaupt standhält. Viele offene Fragen. Darüber will ich sprechen mit unserem US-Korrespondenten Michael Willenweber weiter in St. John's in Neufundland. Michael, das ist ja schon sehr erstaunlich, dass offenbar die US-Navy wirklich auch zum Zeitpunkt des Verschwindens unter Wasser ein so lautes Geräusch festgestellt hat, dass man eben davon ausgehen konnte, dass das von einer Explosion oder Implosion stammt. Kannst du dir erklären, warum man trotzdem weiter öffentlich auch gesprochen hat von Klopfgeräuschen und so natürlich auch Hoffnung geschürt hat, dass man vielleicht die Besatzung doch noch finden könnte? Also zuerst einmal ist der Nordatlantik ja der akustisch bestüberwachte Bereich eigentlich auf der Welt. Also man konnte es relativ präzise durch mehrere Sonarbeobachtungsstellen tatsächlich lokalisieren, dieses Geräusch. Und war sich bei der Navy sicher, dass es da irgendwo im Umfeld der Titanic gewesen sein musste. Das hat man auch sehr schnell eigentlich dann der Küstenwache mitgeteilt in Boston, die die Rettungsoperation ja leitet, doch zuständig ist. Aber das war ja auch erst acht Stunden später, weil ja auch erst acht Stunden später das Mutterschiff die Küstenwache informiert hatte, dass da vielleicht ein Boot verloren gegangen ist. Warum hat man weitergemacht? Ja, weil man sich an einem Strohhalm festklammerte. Und die Küstenwache argumentiert auch so, dass man das auch in anderen Fällen tun würde, wenn die Wahrscheinlichkeit eigentlich nur noch gering ist, jemanden lebend zu bergen. Aber dennoch versucht man es natürlich. Man konnte sich nicht absolut sicher sein. Deswegen wurde auch dieses riesige Gebiet abgeflogen. Immer wieder zweimal so groß wie Connecticut. Also das hat man dennoch versucht, den Aufwand betrieben, um am Ende vielleicht diese letzte Chance zu nutzen, die Besatzungsmitglieder der Titan vielleicht doch noch lebend bergen zu können. Aber man war sich eigentlich wahrscheinlich fast sicher, dass die Titan implodiert ist. Es war ein Strohhalm, an dem man sich festgehalten hat. Michael, vielen, vielen Dank. Und wir schauen nach Weilheim. Von dort ist uns Jürgen Weber zugeschaltet vom Verband Deutscher U-Boot-Fahrer. Herr Weber, ich grüße Sie. Grüß Gott, Frau Droste. Ja, nun wissen wir es also. Eine Implosion hat dort offenbar stattgefunden. Wie funktioniert so etwas bei einem U-Boot und gab es so einen Fall schon mal? Mir ist ein solcher Fall nicht bekannt. Um das zu erläutern, habe ich eine kleine Grafik vorbereitet. Ich hoffe, dass wir Sie so im Bild haben. Ja, sieht man gut. Man muss wissen, dass am Bord des U-Bootes, des Tauchbootes, atmosphärischer Druck herrscht, wie er herrschte beim Tauchvorgang, beim Beginn. Und jetzt sind wir unten auf 3.500 Meter und haben einen Außendruck von 350 Bar. Und wenn wir jetzt nur die kleinste Leckage oder die kleinste materielle Schädigung am Druckkörper haben, wirken die 350 Bar darauf und zerquetschen alles, was da drin ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass das wahrscheinlich relativ schnell gegangen ist, dieser Prozess. Heißt das auch, dass das für die Insassen zumindest schmerzfrei war, insofern, weil sie das gar nicht bemerken konnten? Das kann man nur vermuten. Und berichtet hat davon natürlich noch keiner. Herr Weber, lassen Sie uns mal darüber sprechen, auch dass am Sonntag ja offenbar die Navy schon unter Wasser ein Geräusch gemessen hat, was zu so einer Implosion auch passen würde. Trotzdem, in den letzten Tagen gab es ja immer wieder Berichte auch über Klopfgeräusche, die natürlich auch Hoffnung geschürt haben. Wie passt das in Ihren Augen zusammen? Eigentlich so, wie es in Ihrem vorigen Beitrag schon mal angedeutet wurde. Die US Navy hat ein sogenanntes Sound Surveillance System im Atlantik installiert, um sowjetische U-Boote aufzuspüren. Wir haben eine ähnliche Erfahrung schon einmal gemacht, 2000, als die Kurs gesunken ist. Dort hatten wir zwei Kreuzbeilungen, eine von einer seismografischen Stelle und eine von einer SOSUS-Stelle. Und so konnte man irgendwo zumindest genau sagen, wo es geknallt hatte. Da wussten wir natürlich anfangs noch nicht, dass es sich um die Kurs handelt. Und wenn jetzt hier das Sound Surveillance System der Amerikaner eine Kreuzbeilung hinkriegt zu dieser Stelle, wusste aber zu der Zeit noch gar nicht, was da los war, dann kann ich auch den vorherigen Referenten nur wiederholen. Da klammert man sich an den letzten Storhörn wie diese ominösen Klopfzeichen, die bis zum Schluss nicht bestätigt wurden. Das heißt, die glauben auch, es hat einfach gedauert, bis man die Fäden dort zusammengeführt hat. Nun ist es ja offenbar auch so, dass die Polar Prince, also dieses Forschungsschiff, von dem aus das U-Boot auch gestartet ist, die eigentlich immer den Kontakt entsprechend gehalten haben, dass die acht Stunden gewartet haben, bis sie auch einen Notruf abgesetzt haben. Gibt es für sowas ein übliches Prozedere? Kommt Ihnen das auch mit den acht Stunden relativ lang vor? Ja, im Nahwerai natürlich. Und die besten Kapitäne sitzen immer am Land. Das haben wir gelernt bei der Magie. Es ist aber auch so, man darf ja nicht vergessen, dass die immer noch daran denken, dass vielleicht nur ein leichter mechanischer oder elektronischer Defekt aufgetreten ist. Und deswegen gleich die ganze US Coast Guard und andere SAR-Rettungsorganisationen aufzuscheuchen, ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache. Und das ist auch nachzuvollziehen. Wir haben bei der NATO für den Fall, dass ein U-Boot sich nicht gemeldet hat, den Fall Submiss, also das U-Boot wird vermisst. Das ist, ich will jetzt keine Zahlen nennen, sagen wir mal acht Stunden, nehmen Sie nur als Hypothese, acht Stunden, wenn in den acht Stunden das U-Boot sich immer noch nicht gemeldet hat, dann wird Sub-Look ausgelöst, weil in der Sub-Miss-Phase werden alle Frequenzen, Funk und so weiter genutzt, um mit dem U-Boot Kontakt aufzunehmen. Danach wird Sub-Miss ausgelöst und Einheiten werden im Seegebiet, wo das U-Boot vermutet wird, zur U-Boot-Suche eingesetzt. Und wenn man da nichts findet, dann haben wir den Tag wie heute Sub-Sankt, dann wird also festgestellt, dass das U-Boot vermutlich verloren gegangen ist. Lassen Sie uns nochmal sprechen auch über den Typ dieses U-Bootes. Was man so hört, ist da ja Kohlefaser und Titan auch an der Hülle verbaut worden. Und ich glaube, das unterscheidet sich enorm von allem, was man eigentlich auch beim Militär in erprobter Weise, sage ich mal, auch an U-Booten im Einsatz hat. Ja, auf jeden Fall. Wir haben, unsere U-Booten sind aus Stahl, besondere Legierungen. Und gut, der Eigner dieses Tauchbootes ist ja nun schon mehrfach damit runtergefahren, hat es also erprobt, aber es ist ja nun nicht zertifiziert gewesen. Es hat niemand mal richtig getestet, wenn ich sage, ich will auf 4000 Meter gehen, der gehört zu einem normalen Test dazu, dass ich dann einen Druck draufgebe mit einer gewissen Sicherheit. Sagen wir einfach mal nur 10 Prozent, das heißt also 4400 Meter, 440 Bar. Das ist augenscheinlich nicht erfolgt und ich kann immer nur sagen, was mich an dem Tauchboot gestört hat, ist, dass ich nicht alleine raus kann. Auf normalen Booten kann ich, wenn ich auf Seerotiefe bin, wenn ich auf einer Oberfläche bin, das Turmluck öffnen und kann Sauerstoff, Frischluft reinlassen. Das ging bei diesem Ding nicht. Und deswegen sage ich, es ist ein taugender Sarg. Herr Weber, ich danke Ihnen ganz herzlich auch für die eigenen Erfahrungen, die Sie in diesem Bereich schon gemacht haben, dass Sie die mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Droste, Ihnen für das Interview. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann geht's mir auf der Suche.